Musik Hallo, hier ist Uwe. Heute habe ich ein Lied für alle Kindergartenkinder, die schon ganz viel können. Du kannst doch ganz viel, oder? Und das wollen wir den Leuten auch mal zeigen. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Sollen wir das mal zusammen machen? Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Und dann zeigen wir all das, was wir können. Zum Beispiel können wir morgens aufstehen. Dann regelst du dich ein bisschen. Wir können uns auch schon anziehen. Dann ziehst du meine Hose an, schnell zumachen, den Knopf und Reißverschluss. Auch das andere siehst du dann. Wir fangen einfach zusammen an und du machst mir alles nach, okay? Kannst du dann losgehen? Super. Dann starten wir. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich kann morgens aufstehen. Sieh dir an, was ich kann. Kann mich selber waschen. Sieh dir an, was ich kann. Kann mich auch schon anziehen. Sieh dir an, was ich kann. Kann alleine essen. Sieh dir an, was ich kann. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich kann mich verstecken. Sieh dir an, was ich kann. Ich kann auch mal still sein. Sieh dir an, was ich kann. Ich kann Löcher graben. Sieh dir an, was ich kann. Ich kann fahren fahren. Sieh dir an, was ich kann. Du kannst ganz viel, oder? Denkst du mit mir? Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich kann schon aufs Klo gehen. Sieh dir an, was ich kann. Selbst den Popo putzen. Sieh dir an, was ich kann. Und ich kann auch spülen. Sieh dir an, was ich kann. Dann die Hände waschen. Sieh dir an, was ich kann. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Du kannst ganz schön viel, oder? Und natürlich kannst du noch viel mehr als in diesem Lied. Kannst ja ein paar neue Strophen schreiben. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich langes Lied, oder? Ach, macht ja eigentlich nichts. Wenn du so viel kannst, dann darfst du es auch zeigen. Gut, das war's dann für heute mit unserem Video. Und bald geht es weiter. Bist du wieder dabei? Mach's gut. Bis dahin dann. Tschüss, dein Uwe. Weißt du, was ich jetzt schon kann? Jetzt schon kann, jetzt schon kann. Das ist wirklich ganz schön viel. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Ich kann morgens aufstehen. Sieh dir an, was ich kann. Und ich kann mich waschen. Sieh dir an, was ich kann. Kann mich selber anziehen. Sieh dir an, was ich kann. Kann alleine essen. Sieh dir an, was ich kann.